Die Definition des Begriffs ungelöst ist immer auslegungsfähig, sollte aber in erster Linie zur Beschreibung von Fällen verwendet werden, in denen die Polizei oder die Behörden keine offizielle Lösung finden. In manchen Fällen ist es jedoch schwierig, die Angelegenheit wirklich als ungelöst zu bezeichnen, wenn alle Beweise in eine einzige Richtung weisen. Manchmal kennen Familien, Freunde, lokale Gemeinschaften und sogar die Polizei die Wahrheit. Sie können sie nur nicht beweisen. In einem Fall, in dem ein Mörder besonders sorgfältig mit den Beweisen umgegangen ist und keine Spuren hinterlassen hat, kann selbst die Gewissheit von Dutzenden von Menschen wenig bewirken. Auch wenn es immer gerecht zugehen muss, kann es doch ärgerlich sein, wenn ein eindeutiger Mörder von seinen Verbrechen freigesprochen wird, nur weil das eine entscheidende Beweisstück fehlt. Dies ist der Fall von Hilka Laitinen. Am 19. Juli 1972 hatte Hilka Czuliki Laitinen, 49 Jahre alt, gerade ihre Schicht in dem Café beendet, in dem sie in Nastolla Finnland arbeitete. Nastolla liegt im Süden des Landes und ist eine Kleinstadt mit nur etwa 15.000 Einwohnern. Im Gegensatz zu den meisten anderen hatte sie jetzt nicht die zusätzliche Anstrengung einer langen Heimreise, denn das Café befand sich in demselben Gebäude, in dem sie mit ihrem Ehemann Urhulaitinen wohnte. Sie informierte ihren Chef, dass sie gehen würde und wurde gegen 15 Uhr von ihrer Freundin Eva Dahl gesehen, die bemerkte, dass Hilka gut gelaunt war und summte, als sie nach Hause ging. Hilka wurde als nächstes von ihrem Mann in ihrer Wohnung gesehen, der ebenfalls gerade von der Arbeit zurückgekehrt war. Hilka trank mit Uru einen Kaffee, bevor sie sich auf dem Sofa ausruhte. Es schien ein typischer Tag zu sein. Zwei Stunden später, gegen 17 Uhr, nutzte Uru die Gelegenheit, um ein wenig zu basteln und einen Zaun außerhalb des Grundstücks zu streichen. Während er arbeitete, stand Hilka laut Uru auf und fragte, ob ihr Mann sie zu einer nahegelegenen Schneiderin, Majata Wittgren, in Philhäte fahren könne, nachdem sie einen neuen Hosenanzug hatte anfertigen lassen. Obwohl die Schneiderin nur etwa 20 Minuten von ihrem Haus entfernt war, lehnte Uru ab, weil er Gäste erwartete und seine Wartungsarbeiten vielleicht noch vor deren Ankunft abschließen wollte. Gegen 18 Uhr trafen die Gäste ein, sein Freund Matti und dessen Sohn. Die beiden Männer tranken Bier und gingen auf Wunsch des Kindes schwimmen, bevor sie kurz darauf nach Hause gingen. Hilka war nicht da, als sie kam und Uru sagte, sie sei wohl zur Schneiderin gegangen. Matti und sein Sohn gingen und gegen 18.45 Uhr rief Hilkas Tochter Laila Wirtanen an. Laila war nicht das Kind von Uru, sie stammte aus einer früheren Ehe. Laila fragte, wo ihre Mutter sei und Uru antwortete wieder, sie sei zur Schneiderin gegangen. Hilkas Schwester hörte die Antwort und bat Laila seltsamerweise, die Polizei anzurufen. Eine ziemlich beunruhigende Reaktion, wenn auch eine kluge, wie wir noch sehen werden. Gegen 21 Uhr rief Laila erneut an und Uru teilte ihr mit, dass er keine Ahnung habe, wo seine Frau sei, da er sie bereits zu Hause erwarte. Laila wurde unruhig und glaubte, dass ihrer Mutter etwas Schreckliches zugestößen sein müsse. Auch wenn die Aussage voreilig erscheint, hatte Lailas Mutter ihr oft private Ängste vor ihrem Mann anvertraut, unter anderem, dass er ihr etwas antun wolle. Hilka kehrte in dieser Nacht nicht zurück und am nächsten Tag versäumte sie auch einen geplanten Termin bei Walto Mello, einen Therapeuten. Es wurde eine Vermisstenanzeige aufgegeben, aber trotz des alarmierenden Umstandes ihres Verschwindens wurde der Fall von der Polizei nicht sofort ernst genommen. Hilka war volljährig und durfte volle sieben Tage vermisst sein, bevor die Vermisstenanzeige wirksam aufgegeben werden konnte. Uru machte sich derweil auf den Weg zur Arbeit und verbrachte Zeit mit Rita, einer Friseurin. Er schien nicht übermäßig besorgt darüber zu sein, dass seine Frau vermisst wurde. Auf die Frage des Kaffeebesitzers, warum Hilka nicht zur Arbeit erschienen war, antwortete Uru erneut, er wisse nicht, wo sie sei. Währenddessen erfahren die Töchter von Hilke und Uru, Satu und Anja, dass ihre Mutter vermisst wird und brechen ihren Urlaub ab, um nach Hause zu fahren. Nach ihrer Rückkehr betreten sie das Haus und bekamen einen großen Schreck, als sie im Schlafzimmer ihrer Eltern vorbeikommen. Ihr Vater schläft mit Rita, der Friseurin, in seinem Ehebett. Es ist erst ein paar Tage her, dass ihre Mutter verschwunden ist. Satu und Anja waren diejenigen, die ihren Vater dazu zwangen, Hilka als Vermisst zu melden, während Uru noch ein paar Tage warten wollte. Am Ende schien er einfach nachgegeben zu haben, denn er musste sowieso zur Polizeiwache, um seinen Pass zu verlängern. Satu und Anja inspizierten die Wohnung und fanden einige Dinge, die sie neugierig machten. Auf dem Küchentisch standen drei Kaffeetassen, aber ihre Mutter war sehr auf Sauberkeit bedacht und hätte sie nie stehen lassen. Abgesehen von der Frage der Sauberkeit, wer könnte wohl die dritte Tasse benutzt haben? Matti hatte ja schließlich Bier getrunken. Neben den Tassen entdeckten die beiden Töchter zu ihrem Entsetzen auch ein blutiges Bettlaken im Badezimmer. Uru erzählte ihnen, dass ihre Katze geworfen hatte und Satu und Anja wuschen das Laken danach, ohne zu überlegen, und taten das, was ihre Mutter ihnen beigebracht hatte. Zu den verdächtigen Ereignissen im Haus kam hinzu, dass in der Nacht, in der die beiden Töchter ankamen, ein Schrank im ersten Stock verschlossen war, wie er noch nie zuvor gewesen war. Am nächsten Tag war er wieder unverschlossen. Hilka Laitinen lebte mit ihrem Mann Uru und ihrer Tochter Satu in diesem Haus. Eine Woche war nun vergangen und von Hilka fehlte jede Spur, was bedeutete, dass die Polizei nun endlich den vermissten Fall weiter verfolgen würde. Die Polizei traf in der Wohnung des Paares ein und durchsuchte sie, fand aber nichts Ungewöhnliches. Nichts, was auf Hilka hindeutete und auch kein Blut oder andere Spuren in der Wohnung. Zu diesem Zeitpunkt war auch die inzwischen gewaschene Bettdecke auf mysteriöse Weise verschwunden. Was die Polizei jedoch fand, hätte die Alarmglocken läuten lassen müssen. Es stellte sich heraus, dass das Ehepaar vor dem Einzug in die Wohnung sein Testament geändert hatte, nachdem eine von Uru betriebene Tankstelle pleite gegangen war und er dadurch bankrott gegangen war. Wenn sie sich scheiden ließen, würde Hilka alles erben. Wenn jedoch einer der beiden starb, würde das überlebende Mitglied der Gemeinschaft alles erben. Hilka erzählte Leila, dass sie zu diesem Wechsel gedrängt worden sei. Und wenn dem so war, würde das auf ein Mordmotiv hindeuten und darauf, dass Uru den Mord schon seit einiger Zeit geplant hatte. Nur eine Woche vor dem Verschwinden waren Uru und Hilka zusammen mit ihren Töchtern, einigen Ehepartnern und anderen auf einem Familiencampingausflug. Der Ausflug war von Uru organisiert worden. Leila sagte, dass Uru während der gesamten Reise ein falsches und unechtes Bild abgab und sich zu sehr bemühte, den Anschein zu erwecken, dass er sich amüsieren würde. Während der Ferien kündigte Uru an, dass er und Hilka Ende Juli eine Reise nach Norwegen unternehmen würde. Eine Aussage, die ihn fast einholte. Es sollte fast drei Jahre dauern, bis Uru Lateinen verhaftet wurde und die Polizei schaltete sich im Mai 1975 ein. Zu diesem Zeitpunkt waren die Ermittler davon überzeugt, dass er etwas mit dem Verschwinden seiner Frau zu tun hatte und hatten herausgefunden, dass er die Reise nach Norwegen nie mit Hilka geplant hatte. Stattdessen hatte er geplant, mit Rita zu reisen. Hilka wusste sehr wohl von der jahrelangen Untreue. Das war der Grund für die Spannungen mit Uru, denn die Ehe war fast am Ende. Das Einzige, was sie davon abhielt, sich scheiden zu lassen, war das soziale Ansehen, das damit verbunden war und dass Kinder aus geschiedenen Familien oft gemobbt wurden. Als die Töchter des Paares älter wurden und die gesellschaftlichen Normen zumindest besser zu handhaben waren, dachte Hilka wieder an die Scheidung und reichte im Zusammenhang mit dem Streit Klage ein. Und daraufhin drohte Uru, dass sie das Haus nur in einer Kiste verlassen würde. Wenn mir etwas zustößt, habe ich mir nichts angetan, soll sie gesagt haben. Du kennst den Schuldigen. Mit der Rita-Affäre auf der einen Seite und der Erbschaftsangelegenheiten auf der anderen hat Uru ein klares Motiv, seine Frau loszuwerden. Aber die Scheidung hätte ihn natürlich mittellos zurückgelassen. Es war auch nicht alles Terrorie, als Lailas Tante Helena Tonti enthüllte, dass sie am Tag vor Hilkas Verschwinden gegen 15.50 Uhr einen mysteriösen Anruf erhalten hatte. 45 Minuten, nachdem Hilka von der Arbeit nach Hause gekommen war. Der Anruf war stumm, abgesehen vom Klappern von Geschirr und einen seltsamen Rumpeln, das vielleicht darauf hindeutete, dass er aus einer Küche kam. Das Telefonat enthielt jedoch auch etwas viel Beunruhigenderes, die Geräusche eines Kampfes. Der Anruf dauerte etwa zehn Minuten und es war nicht bekannt, woher er kam und wer ihn tätigte. Dennoch war er sehr aufschlussreich. Es war auch wahrscheinlich, dass ein Auto, das auf die Beschreibung von Uhus schwarzem Auto passte, in der Nacht des Verschwindens auf dem Weg zu seinem Arbeitsplatz in Lati Malasjoma gesehen worden war. Die Polizei untersuchte das Auto und befürchtete, dass Uhu die Leiche seiner Frau dort versteckt haben könnte, fand aber nichts. Auch bei der Durchsuchung des Bauernhofs, seiner Familie und einer Klärgrube fanden sie nichts. Selbst der Asphalt, der kurz nach Hilkas Verschwinden verlegt worden war, war sauber. Hilka, so schien es, war spurlos verschwunden. Niemand in der Stadt war überrascht, als Uhu verhaftet wurde. In den meisten Berichten hieß es, er sei nicht sehr beliebt und die meisten Menschen glaubten bereits, er habe Hilka ermordet. Eine Person beschloss sogar, sich über Uhu lustig zu machen, indem sie sich die Mühe machte, an seinem Arbeitsplatz eine Grabattrappe aus Steinen zu errichten und Blumen mit der Aufschrift »Hier ruht« darauf zu legen. Als Uhu das sah, soll er vor Wut explodiert sein und das Steingrab in einem Wutanfall zerstört haben. Dieser Ausbruch war ungewöhnlich, denn Uhu war für sein normalerweise ruhiges Verhalten bekannt. Obwohl dies in gewisser Weise als ein Zeichen von Schuld verstanden werden könnte, ist anzumerken, dass die meisten Menschen ähnlich handeln würden, wenn sie mit einem Steingrab für ihre Frau konfrontiert würden, das von einem Kollegen errichtet worden zu sein scheint. Lokale Abneigung und Andeutungen reichen jedoch nicht aus, um einen Fall zu schaffen und ohne eine Leiche oder andere Beweise könnte Uhu Laitinen niemals wegen des Mordes an seiner Frau angeklagt werden. Zwar wurde er mehrmals dabei ertappt, wie er die Polizei belog und sich generell wenig hilfsbereit zeigte, doch konnte ihm nichts nachgewiesen werden. Ein Gericht verurteilte ihn sogar zu einer sechsmonatigen Haftstrafe. Erst am 9. August 1983 wurde Hilka offiziell für tot erklärt und ihre Beerdigung fand im Oktober statt. Danach wurde der Besitz geteilt und Uhu zog mit Rita, die er heiratete, nach Norwegen. Uhu hat die Zeit ohne Hilka wahrscheinlich nie genossen. Nach dem Verschwinden und vor dem Umzug nach Norwegen wurden sowohl Uhu als auch Rita von der örtlichen Gemeinschaft geächtet, obwohl die Polizei immer noch an dem Fall interessiert ist und gelegentlich nach neuen Hinweisen sucht. Offiziell lebte Uhu alleine auf dem Grundstück, doch selbst in Norwegen hatte er kaum Gelegenheiten, sein neues Leben zu genießen. 1985 starb er plötzlich an einem Herzinfarkt. Rita starb im Jahr 2009. Der Fall Hilka Laitinen ist offiziell immer noch ungelöst, denn es wurde nie eine Leiche gefunden. Die meisten glauben jedoch, dass es sich bei der Affäre um einen einfachen Fall handelte, bei dem ein Ehemann mit einem Mord davon kam, weil er mit einer anderen Frau weiterziehen wollte, ohne die Folgen einer Scheidung zu spüren. Diese Theorie besagt, dass Uhu den Mord im Voraus geplant hat und eine Zukunft mit Rita haben wollte. Er tötete seine Frau zu Hause, bevor sein Freund eintraf und versteckte ihre Leiche später in der Nacht. Auch wenn die Theorie, dass Hilka tatsächlich zur Schneiderin ging und von einem Unbekannten entführt und getötet wurde, nicht völlig auszuschließen ist, hat die Polizei bisher nur einen Verdächtigen. Uhu Laitinen. Was glaubst du, ist der Mann schuldig und hat seine Frau Hilka ermordet?